Markelos und frisch. So wünschen sich die Kunden das teure Obst und Gemüse auf dem Münchner Viktualienmarkt. Alles andere wird aussortiert. Diesen Lebensmitteln droht der Müllcontainer. Jährlich landen so 11 Millionen Tonnen in Deutschland im Abfall. Doch Hilfe naht. Barbara Mehrhardt und die Essensretter kommen. Jeden Tag kurz vor Feierabend schwärmen sie aus. Auch die Händler werfen nicht gern Essbares weg. Kunden kaufen die leider nicht mehr, weil sie eben nicht mehr schön aussieht. Viele Leute wissen nicht, dass schlecht aussehendes Obst meist besser schmeckt und bevor wir es wegschmeißen, geben wir es ab. Die Ausbeute der Essensretter nach 20 Minuten? Gewaltig. Mich macht es total glücklich, dass ich das retten durfte. Ich bin da wirklich immer sehr, sehr dankbar und der nächste Glücksmoment ist dann eigentlich, wenn man es weiter teilen kann. Jetzt kommt die Website Foodsharing ins Spiel. Was Barbara Mehrhardt selbst nicht braucht, spendet sie im Internet. Mit ein paar Klicks hat sie zu Hause einen Warenkorb zusammengestellt. Bald darauf ist eine Abnehmerin da. Essen retten macht hungrig. Höchste Zeit für einen Obstsalat. Dass die Zutaten nicht mal ganz perfekt sind, sieht man jetzt sowieso nicht mehr.